hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen geben und zwar diesmal wieder aus kam ich habe mir gedacht wir schauen wir heute wieder weiter eine und jo da haben wir uns schon wieder was nice kult oder einen auftrag und jo das bohrt wahrscheinlich wieder draußen genau da müssen wir jetzt wieder eine von bei einem bringen so der herr kollege hat was na nicht einkaufsliste er hat jetzt wie viel ps 308 ps 415 newtonmeter bei 3815 drehungen das war schön brems billig okay fangen wir den mal hoch auf die hebebühne schau mal sehen wir den kollegen herr kollegen auch mal es So, jetzt schauen wir mal, was da fällt bei den Herren Kollegen da, und dann reprähen wir das schnell, und jo, dann schauen wir gleich mal weiter, was da noch so auf uns zur Grund, nur Bremssättel, ok, wenn euch die Musik startet oder leisung macht, dann schreibt es das gerne in die Kommentare, so, man, zwar da, das finde ich auch ja komisch, so, 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 ich höre jetzt mal zu laute Musik, so, 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 auch, so, 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 gemontieren herr kollege sags mal geht es ihnen gut ich fahre jetzt einmal das ober da herr kollege vielleicht funktioniert es ja dann ich werde gern die bremsen die in reifen mit dem und den ferreraus bus hallo sang simal haben sie alle ich ich wird gern wieder doll die ich ja Okay. Amore. Äh, bremspillig jetzt auch. Danke. So. 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 Here's how much I'm going to go. So. That's right, I think. Here's how much I'm going to go. 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 So. Here's how much I'm going to go. 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 Sorry, I haven't done that. Aber das ist die zweite Folge und da weiß ich noch nicht alles. Und ja, falls ich gern was anderes sagen will, schreib es gern einmal in die Kunde. Das wollte ich jetzt nicht. So. Fremsscheibe innen belüftet. Jetzt sag ich nicht, damit wir noch irgendwas vergessen. Ah, Herr Kollege. Wir haben jetzt vergesst den Blut von Scheibe aus. Heute werden wir noch, glaube ich, eh verletzt. Schrauben. Beim Scheibe innen belüftet. So, meine Lieben, Freunde, jetzt haben wir es aber da. So. Jetzt hauen wir es rüber. So. 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 So.